Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Train Fever. Äh Quatsch. City Skylines. Jetzt geht's schon wieder los, weil ich nicht mehr weiß was ich spiele. Nee, nee, nee. Wir brauchen Strom. Wir brauchen Strom. Vielleicht bauen wir noch so eine Müllverbrennung erstmal hin. Vielleicht, auch nur vielleicht. So, Müllverbrennung. Bauen. Produziere ich jetzt mehr Strom? Ja, geht so. 33, 75, 20, 53, 16, ne gut. Es läuft. Wir brauchen heute immer noch ein bisschen mehr Gewerbegebiete. Also bauen wir doch auch mal Gewerbegebiete. Hier vorne Leute hoch, das ist gut. Sieht's mit der Bildung aus. Ich hab ja gestern Bildung gebaut. Ist irgendwie nicht besser geworden. Die haben absolutes Gesundheitsprobleme hinten auch noch. Ich würde gerne eigentlich das große Ding bauen, aber okay, gell. Alles klar, was hab ich jetzt gerade gesagt? Warte, also Gewerbegebiete. Äh, ja genau. Die bauen wir. Hier kommt das Bürogebiet. Bürogebiet. Ist Bürogebiet, Alter. Was geht? Dann machen wir hier dahinter noch ein Gewerbegebiet. Ich würde eigentlich die Straße gerne upgraden wollen, aber das ist jetzt eigentlich doof. Das ist richtig doof. Hier bin ich schon mit breiteren Straßen lang gegangen. Ich würde sagen, wir bauen unsere Gewerbegebiete jetzt hier hüben hin. Hier noch eins. Ich hab den... Ja, das ist alles scheiße. Ich brauch erstmal ein Stück Autobahn noch. So, gut gemacht Bürgermeister. Ja klar, ist schön. Schön, super. Toll. Nicht genügend Geld. Mach schneller Geld. 12.000 müssen nochmal zusammenkommen. Gut, ich sinke schon auf 9.000. So, bauen wir eine große Straße mit Bäumen hier hin. Die geht dann jetzt einmal... Glückwunsch! Wasseraufbereitungsnachung und Krematorium können wir uns bauen. Ja, ich vergesse nicht das neue freigeschaltete Gebäude. So, was würde ich niemals vergessen. Ich hab ein Polizeihauptquartier, super. Wollte ich mir irgendwas grad mit ganz viel Geld machen? Ich weiß doch nicht mehr was. Schule? Wollte ich irgendwie die Schule noch machen? Ich hab hier ne Oberschule, ich hab ne Grundschule. Grundschule sind noch nicht alle drin. Grundschule bauen wir hier noch eine. Wir freuen die sich noch. Gut, hier baue ich mir noch eh nicht. Da freut die sich auch noch. Ach, hier ist noch keine. Ah. Hm, okay. Habe ich eigentlich irgendwo Eisenbahngleise? Nee, hab ich gar nicht. Wie soll ich den dann Zug bauen? Ohne, doch hab ich. Hier. Aber was ich gerade eigentlich machen wollte, ist eine Autobahn bauen und zwar... von hier da ran. Nö, nö. So. Das Gefälle ist nicht zu steil. Warte. 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 Was hab ich denn hier gebaut? So. Und hier... Bauen wir jetzt ein kleines Gewerbegebiet noch hin. So. Und so. Moment. So. Ich glaub das ist die hässigste Stadt aller Zeiten, die jemals gebaut worden ist in diesem Spiel. Ende ist ein bisschen blöd gelegt. So. Jetzt sieht die genauso scheiße aus. Und jetzt bauen wir hier ein dicht besiedeltes Gewerbegebiet hin. Ja. Genau so. Ne, der Anschluss ist blöd. Der versaut mir alles hier. So. Hat mir das ist schon wieder alles was da heute? So. Und jetzt auf der anderen Seite bloß noch. Dann klatschen wir hier noch ein bisschen Wasser hin. Und Strom wollt ihr auch noch haben. So. Ich hoffe das ist euch so recht genug. Ich hab generell Probleme, dass ich keinen Strom hab zur Zeit ne. Hart an der Grenze. Feuer. Bei euch brennt's auch in der Hütte. Alles klar. Ja. So. Was wir hier auch noch brauchen ist hier noch das Dingsgebiet hier das ne. Mach ich das jetzt genauso lang wie auf der anderen Seite. Ja. Ja. Ich denke so. So. Ach du scheiße. staut es sich hier runter zu. Wo wollen die alle hin? Das Wohngebiet oder was? Staut sich ja extrem hier. So. So. Guck dir einfach an wie schnell die hier bauen. Und so. Ey. Okay. Wer hätte das gedacht. Jürgen sind Raubwürfel. Kriminalität ist hier. so. Das wollen wir natürlich vermeiden. Okay. Die Verbindungsstraße hier unten hätte wenigstens ein bisschen größer sein müssen. Scheiße. Das hab ich schon hier hingebaut. Umzugskosten muss ich auch noch aufbringen dafür. So. Was ist mit Müllwagen? So. Dahin. 85% voll sollte man vielleicht mal leeren. so. Ich hab nicht Müllprobleme dahinten. Ich hoffe das geht gleich weg. Ich denke schon. Ach du Scheiße. Das hab ich schon hier gebaut. Ich hab das in die falsche Richtung. Besser gesagt. Ich hatte hier. so. So läuft es jetzt gleich bisschen besser. Neues Gebäude. Ja. Ich hab's kapiert. Große Feuerwache. So. ich hab natürlich am besten alle Bereiche abdecken. so. 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 Das ist ja ein total planloses bauen zur Zeit. So. Ich brauch unbedingt Strom. Was machen wir dazu? So. Dann ist hier noch so ein Kraftwerk mit. Ne. Achso. Ist ein falsches. Waren wir so eins. Dann Müllverbrennung. Machen wir 120 Dinger. Und wird irgendwie so viel Geld. So. Dann labert er mich die ganze Zeit von wegen Krematorium voll. Aber es fragt ja keiner. Verstorbene 81 Uhr. Nicht genügend Geld. Achso. Jetzt blöf einmal. Ja. Komm. Noch ein. Bisschen. So. In Ordnung. Gut. Kleiner Spielplatz. Und dann nehmt das Krematorium. Ist immer gut. So was muntert. Oh. Ein Gebäude ist abgebrannt. Ja. Ist in Ordnung. So was muntert. Natürlich die Leute vollkommen auf. Oh. Schön. Friedhof. Alles klar. Wir brauchen hier übrigens meinen Park. So. So. Was kleines hier. Die soll uns auch ein bisschen erfreuen. Warum baut hier keine mehr. Kann man einen japanischen Garten hinsetzen. Vorstadtidylle. So. Ich denke mal. So soll es ungefähr passen. Das war es erst mal für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dann.